Audio to go präsentiert 100 Samstage Stella Levy und die Suche nach einer verlorenen Welt von Michael Frank Übersetzt von Brigitte Jakubeit Es liest Sebastian Blomberg Für Stella natürlich Und in Erinnerung an meine Großmütter Sylvia Shapiro-Ravitch und Harriet Frank Sr. Allesamt Geschichtenerzählerinnen Die ungeheure Welt, die ich im Kopf habe Kafka Das Meer ist nicht weindunkel, sondern von einem so bodenlosen und durchsichtigen Blau, dass es wehtut, hinzusehen, so wie es wehtun kann, einem anderen Menschen in die Augen zu sehen. Ich betrachte dieses bodenlose, durchsichtige Blau und höre einer 92 Jahre alten Frau zu, die mir erzählt, was an dieser Küste, hier, an dieser Stelle, fast auf den Tag genau vor 71 Jahren geschah. 23. Juli 1944 Ein Sonntag Die Deutschen wählten absichtlich einen Sonntag, erzählt sie mir, denn am Sonntag waren alle Geschäfte geschlossen. Und sie lösten die Luftschutzsirenen aus, obwohl an diesem Tag keine Flugzeuge in Sicht waren und keine Bomben vom Himmel fielen, weil die Sirenen dafür sorgten, dass alle in ihren Häusern blieben. Alle anderen In den sechs, vielleicht auch mehr Stunden, die sie, über 1700 Menschen, brauchten, um zum Hafen hinunterzugehen, gab es nicht einen Zivilisten, der bewusst Zeuge wurde, Einspruch erhob oder kam, um sich zu verabschieden. Es war wie ein Leichenzug von Menschen, sagt sie, die um sich selbst trauern. Hier, wo wir stehen, wurde die gesamte jüdische Gemeinde der Insel Rhodos, ihre Gemeinde, auf ihrer Insel, dem Ort, den sie für ihren eigenen kleinen Fleck Land hielt, auf drei Schiffe verladen, die diese über 1700 Menschen zum Hafen von Piraeus brachten, von dort ins Gefängnis von Haidari und von dort zu den Zügen, die sie zwei Wochen später nach Auschwitz transportierten. Zeitlich und geografisch bemessen die insgesamt längste und in vielerlei Hinsicht eine der absurdesten, wenn nicht die absurdeste aller Deportationen. Wir waren alte, junge Frauen und Kinder, sagt sie. Die meisten von uns hatten die Insel in ihrem Leben noch nie verlassen, auch ich nicht. Es wäre einfacher gewesen, man hätte uns hier umgebracht, damit wir wenigstens bei unseren eigenen Leuten begraben werden. Jetzt blickt die 92-Jährige, Stella Lévy, aufs Wasser zum Horizont. Sie betrachtet die saubere, scharfe Linie, die Wasser von Himmel trennt, ein Blau vom Anderen. Dann wendet sie sich wieder mir zu, ihr Gesicht ist düster, ihre in die Ferne gerichteten Augen sehen, was ich mir nicht vorstellen kann. Einen Moment lang schweigt sie, ehe sie sagt, vielleicht kann man an einem bestimmten Punkt nicht mehr leibhaftig zurückkehren. Vielleicht geht es dann nur noch in Gedanken. Stella ist nicht zum ersten, aber vermutlich zum letzten Mal in die Giuderia von Rodos gekommen, um eine Verbindung herzustellen, oder es zumindest zu versuchen, mit dem Viertel, in dem sie zur Welt kam, und aufwuchs wie ihre Eltern, Großeltern und viele Generationen zuvor, seit dem späten 15. Jahrhundert, als sephardische Juden aus Spanien verbannt wurden und sich über Europa und den Mittelmeerraum zerstreuten. Weil sie hier ist, bin auch ich hier, obwohl ich sie noch nicht annähernd so gut kenne wie heute. Als ich während eines Aufenthalts in Rom erfuhr, dass sie eine Rückkehr nach Rodos plante, buchte ich ein Ticket und lud mich mehr oder minder selbst ein. Später wird sie mir erzählen, dass dies einer der Gründe für ihren Entschluss war, mir ihre Geschichte anzuvertrauen. Später werde ich verstehen, dass ich sie auch begleitete, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Wir beide waren uns erst ein paar Monate zuvor in der Casa Italiana begegnet, dem Sitz der Abteilung für italienische Studien der NYU in Greenwich Village, wo ich an einem Abend im Februar 2015 zu spät zu einem Vortrag kam und mich hastig auf einen Stuhl setzte, den einzigen freien Platz an einem langen, rechteckigen Holztisch. Während ich noch verschnaufte, schwebte eine Frage über meine Schulter, gestellt mit einem starken italienischen Akzent. Wo kommen Sie denn her, dass Sie es so eilig haben?